Ah, Tenzin. Aus dem zweiten Teil, genau. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Nein. Ja, danke für nichts, Dismas. Die Kiste mit Sams Sachen. Das war eine verrückte Nummer. Lange her, Chloe. Nicht mehr wirklich mein Stil. Ja. 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 Okay. Und das. Kann weitergehen. Ja. Zeig's mir. Ich friss Plastik. Hab dich. Wie ein Profi. Ich hab dich, wenn ich alles... Ich glaub das war's. Oder? Ja. 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 Bin gleich da. So. Schluss mit dem Spielchen. Oh. Haha. Aber das ist lustig. Und wo geht's runter? Wo? Ach ja. Da hab ich mir ein Chaos unterlassen, aber... Darf er den das aber machen. Oh. Daran arbeitest du gerade? Ah, da war ein Foto von L. Und hier auch. Wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. So süß. Die sind so knuffig. Was war das? Nein. Nur die Kamera. Da kann ich auf die Waage steigen. Ne. Okay. Geht nicht. Ich glaub das funktioniert. Okay. Elina steht voll auf pink. Musik. Hm. Du warst lange da oben. Ähm, ich habe recherchiert. Ah. So nennt man das also heutzutage. Wirklich. Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja. Na klar. Danke. Bitte. Und. Mhm. Fertig. Okay. Hm. Hm. Hast du es geschafft? Ja. Ach. Naja. Er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler. Aber dafür gibt es schließlich Redakteure. Stimmt's? Hm. Ach, ich habe Hunger. Ja. Sieht gut aus. Mhm. Also, nur mal deinen Tag. Hm. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich, äh, durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Hm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. Hm. Oh. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz. Tolles Zeug. Wir haben einen, ähm, Blaster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja. Zuerst war es nur so eine brave Story. Über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. also. Habe ich kurzerhand eine Art geflogen werden. Bitte. Die Einheimischen Season. Und find was? Hey. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Wirklich? Was? Erzähl weiter. Es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Oh. Ähm. Flüge in Bangkok. Die haben... Haben sie mir nicht aufgepasst. Einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia Jobs gefragt. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Das ist es nicht wert. Es... Es hört sich nicht so riskant an. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind... Niemand. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena. Zwei Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht anziehst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine... Zumindest, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns, äh... Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, 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 dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich. Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Bok, 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 bok. Oh, wow, okay, Cowboy. Piss eins. Okay. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Das ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Flash, Bandicoot. Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur... Wie kriegt man... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Oh, hat Nathan echt noch nie was gezockt, ja. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff. Ja, und mit X springst du... Okay, wo ist X? ... beim rechten Daumen... ... geht klar. ... spring über alle Gruben und Hindernisse. Pst, bitte, das ist mein Ding. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Benutzt den Drehangriff. Welche Taste? Reiß, Drehangriff. Nein. Oh, ich hör mich halt nicht mehr runter. Oh ja, gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht ein Fuchs aus. Wie ein Fuchs in Jeans. Okay, zerstören. Au! Fuchs, muss ich tun. Vielleicht tut es das. Also, warum spielst du das noch? Weil ich echt gut darin bin. Ich weiß nicht, was alle an Videospielen finden. Weil jeder da spielt. Deshalb. Der ist einfach stehen geblieben gerade. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du dich schon mal angesehen? Äh, nein. Aber sie tragen bestimmt keine Trunch. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Oh nein. Oh. Egal. Ich sah mir jetzt nicht an. Ich will nicht sterben. Ah, ich hab' ein Checkpoint. Okay. Ich weiß nicht mal, wo ich den Jumbo bin. Bei 100 bekommst du ein Extra. 100? Wer hat seit 100 Früchte aufzusammeln? Nein. Du bist reingefallen. Du bist reingefallen. Du bist tot? Oh, wie unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Wer sollte klettern? Klettern hat mir immer geholfen. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Ich hab mein Bestes. All die Früchte. Füchse brauchen keine Früchte. Er stehlt sie. Er sammelt sie. Sie gehören nicht an ihm, also ist das still. Na gut. Wenn du meinst. Wie war das? Nichts. Da war's schon wieder. Konzentrier dich. Pass auf, die Grube. Oh, der arme Fuchs. Beutel Dachs. Toll. Was soll ich denn wissen, dass sich das bewegt? Oh Mann, verloren. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Es ist viel leichter am Einfachmodus. Weißt du, weißt du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hm?